meine freunde wir gehen jetzt hier einmal wachsmuseum wird bestimmt bombe sein allein wenn ich schon der hike sehe einfach der hübsche ja bis gleich wir sehen uns drinnen das sieht ein bisschen komisch aus brah und hier ibra kadabra ja Musik 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 So meine Freunde, wir sind jetzt in so einer Bündelbahn. Ja. Und dann werden wir ja sehen, wie es ist. Ein bisschen so nissdreu angucken. Ja, TikTok-Tasche ist hier ganz stolz drauf. Ganz stolz drauf. Ja, jetzt ein bisschen fahren, ein bisschen entspannen. Das Wachsmuseum war mega geil. Mega gut. Und jetzt heißes Chillen. Ein bisschen Natur genießen, Wetter. Also gefühlt heute zu 29 Grad. Das ist sexuell attraktiv, meine Freunde. So meine Freunde, jetzt Tag sehe ich zu Ende. Alle fertig. Also ich bin jetzt laut unserem Handy 14.000 Schritte gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Bestimmt 8 Millionen. So fühlen sich meine Beine auch an. Wurde komplett voll zerstochen. Ja, und kaputt. Bist auch kaputt. Provo. Ich bin immer noch kamerascheu. Werden wir sehen, wenn die am Strand sind. Und ja, ich zeige euch nochmal meine Beine, wie die zerstochen waren. Ihr habt jetzt natürlich, oder sind. Ihr habt jetzt natürlich gesehen, dass... Wir müssen hier runter. Macht doch hier. Weil die Bordsteine hier... Hör auf, Alter. Die Bordsteine sind hier richtig krass. Und ähm... Was soll ich jetzt sagen? Achso, meine Beine sind heute richtig zerstochen. Es ist total krank. Mücken hier unglaublich viele. Und... Ähm... Ihr habt ja erst den Eindruck so gesehen, was richtig, richtig geil ist. Ist natürlich dieses Wachsmuseum gewesen. Hier sind Fische. Mega, mega, mega krank. Und... Jetzt gehen wir nach Hause. Tag zwei zu Ende. Ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag ein Video oder jeden... Der Vlog wird bestimmt 30 Minuten gehen. Vielleicht teile ich das unter zwei Teile ein. Mal gucken. Alles klar. Wir hören uns. Guten Morgen, meine Freunde. Tag drei. Wir wollen jetzt ein bisschen Brötchen holen. Und hier ist der... Mr. Reitmeister. Mr. Motorradrennfahrer. Boah... Acht Uhr aufgestanden. Da. Er fährt. Er macht auch was. Ja, jetzt was frühstücken. Und dann mal gucken, wo es hingeht. Boah, gehe ich müde, Alter. Warte, warte, warte. Aber... Macht Spaß. So, Leute. Wir sind jetzt hier irgendwo am Hafen. Und wir fahren jetzt da rüber nach Swedemünde nach ganz hinten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice aus. Ich schalte mal kurz die Kamera um. So, Kamera umgeschaltet. Sieht schon mal sehr, 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 sehr geil aus. So, meine Freunde. Wir sind jetzt zurück wieder im Haus. Oder im Apartment. Also das Red Bull kostet hier 1 Euro. Auf jeden Fall 30, 40 Cent günstiger als in Deutschland. Und... Wir sind jetzt... Wir waren zu Wiedemünde. Habe ich nicht so viel gemacht. Wir waren auf dem Polen-Bazaar. Ja, nur mit Euro. Aber Slotti haben die ganz komisch gerechnet. Wäre teurer gewesen. Deswegen habe ich gesagt... Das machen wir dann anders. Aber da kannst du ein Trikot von Dortmund kriegen, Digga. Von Haarland. Kostet 10 Euro. Original gefälscht, Bruder. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bis jetzt haben wir 18.000 Schritte gemacht, laut meinem Handy. Und wir gehen heute noch zu so einem Funpark. Und da werden wir ein bisschen gediegen sein. Oder vielleicht gehen wir noch zum Strand. Ich weiß es noch nicht. Frau Wolk, was sagen Sie dazu? Gar nichts. Schlafen. Gar nichts. Schlafen. Achso, was Geiles ist passiert. Mich hat eine Mücke in mein Ei gestochen. Das juckt wie Sau. Eieieieiei. Ja, vielleicht nehme ich euch noch mit zum dritten Tag. Vielleicht noch nicht, muss ich mal gucken. Fertig mit der Welt. Meine Freunde, jetzt schön am Strand. Ein bisschen Puffes trinken. Frau Wolk, aha. Schon geil, Kinder spielen, schön erholen. Jetzt ist Urlaubsfeeling da. Ich zeig euch mal, was die anderen anwischen. So, meine Kinder. Ja, unser Haupturlaub besteht eigentlich aus Strand und Essen. Ich drehe das mal kurz rum. Ja. Pierogi. Aber die Besten macht sowieso meine Mama. Die Kinder haben jetzt Hunger. Der Kleine hat heute vier Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und schöne polnische Küche. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir sind jetzt irgendwo ein bisschen abseits. Ein bisschen abseits. Mal hier essen, mal da essen ist wichtig. Hallo Frau Wolk. Na? Ja. Auch alleine hier? Ja. Mega blöd. Mega. 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 So, Jungs. Was? Sie hat keinen Badehaltzugat. Guck, wie es Mom was fliegt. Was? Ich hab gedacht, guckst du alle weniger. Machen wir dann, ne? Oh, ist das geil. Guck mal. Was ist das denn für ein geiler Typ? Richtig geiler Typ. Für Kinder. Da sind Kinder am spielen. Oh, was für ein Rücken. Gib Rücken, Bruder. Gib Rücken. Ah. Das gibt Plicks, brah. Hilfe. Hilfe. Papa, Papa ist der Name. Schule. Papa ist der Name. Komm. Jana,idad. Pass auf! Papa ist der Name vorne. Papa ist der Name. so tag drei oder letzter tag vier eigentlich fünf ich weiß nicht noch mal im wasser aber es ist komplett überlaufen ist komplett überlaufen es ist da da hallo Das war's. 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 Das war's.